Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, die 9. Armee muss zurückgenommen werden, sonst wird sie eingekesselt und aufgerieben. Wir müssen sofort... Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Sagen Sie Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtsloser, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wink soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee im Kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch zwei Fälle an Ihrem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrutscht. Der Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel beenden. Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Der Zeitpunkt ist da, ich habe ihn verstanden. Oh ja, mein Führer eine. Checking the real room. Das Tyste ist über. Let's waste them. Also, don't play Spy if they're boss. Play Scout instead. Tuen sie was sie wollen, das war ein exakt seine Worte. Geh weg! Verbitte mir diesen Torn! Did anyone check the beginning near Spawn or no? NO! Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Als Gemeinderpassion! Aber sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Bringen Sie mir Felge rein! Felge rein! Danke! Waste auf dieses Team! Danke! Der Zeitpunkt ist da, wir sind das Spektakelband! Das war ein Perfell! Das war ein Perfell! Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Das war ein Perfell! 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 Ja, 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 ja! Buckner, was ist los? Woher kommt die Schisserei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von wo kommt der Beschuss? Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich sprech' grad mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller. Sie wissen nun, dass Berlin auf der Artilleriefeuer liegt? Nein. Ja, sagen Sie. Hören Sie den Beschuss nicht? Nein, ich bin in Wildpark Werder. Wäßige Aufregung in der Stadt. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Der Feind hat keine Eisenbahnbatterie an der Oder. Es handelt sich hier nicht um Fernfeuer. Ja, der Divisionsgefechtsstand der Flak am Zogen gemeldet, dass es sich hier um Geschütze nur des Kalibers 10 bis 12 cm handelt. Die russische Batterie ist bei Marzahn in Stellung gegangen. Das sind ja nur zwölf Kilometer bis zum Stadtkern. Ist der russische schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffe-führung sofort aufringen! Das ist unerhört. Unerhört. Der russische steckt zwölf Kilometer vom Stadtkern. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn! Und warum sind wir diese MAP? Eine der schlimmsten MAPs zu ever, ever exist in dieser GAME. Und, ja, die Ambienz ist großartig. Die Level Design ist großartig. Aber, wenn ich mich gegen Hitler gegen diese MAP ist, wie ich jetzt bin, ich werde mich später killen. Ja, wir sind gewinnen. Wir haben schon 5 aus 8 Kables. So, uh, warum ich nicht so complain? Weil ich kann. Oh, man. Wow. Spooky, uh, Ambienz. I'm feeling really, really down in the dumps tonight. Uh. You know, you know this map isn't all bad. But, I'm not gonna complain because I haven't made anything, so. Hmm. You know. Oh. Well, at least we got 6 Kables. Yeah. Nothing could go wrong. I mean, I'm walking down a dark corridor. Uh. See what I mean? Nothing could go wrong. 7 out of 8 Kables already. We're winning this game easily. What could go wrong? And it's that medic. That darn medic. From the one who traumatized me. Yeah, but seriously. This map scares me. Not literally, but figuratively. I mean, if I, if I have to be the one to find the 8th Kable, and I guarantee I will, I'm gonna quit this game. Oh. It's the medic. Well, at least he didn't bring him over. I mean. Yeah. He didn't bring him over. Man. I'm sure enjoying this game of underground. Dark. Corners. I'm bored. It's 3 AM. I have nothing to do in my life. What could possibly be entertaining? Oh. Huh. Look at Schittler. He thinks he's hot in a costume with a disco ball above his head. I'm running out of ideas, guys. Help me here. I don't like dancing. This Hitler on this map ruins the ambience. it turns it down from a 11 on the boring scale to a 12 on the Y scale. I mean, you could talk the same thing about me, really. I complain all the time. Oh. Oh, see. Hitler somehow saw me even though he was not able to see me before. I mean, what is this game? And I'm already about half down my sprint. Eh. I'm probably gonna die now. I can't wait to die. Because this music, you know. Good job, Sy. Good job, guys. Oh. Oh. I actually made it. It's actually pretty good. I'll admit this game isn't all that bad. Like I say it is. Huh. Yeah. So. This is the first time I've actually seen Sightler. He reminds me of a Fortnite character all cobbled up together. Heh. Like, eh. What am I saying? I don't know anything about game development. However, I do know everything about hating stuff. But. Okay, I'll be honest with you. My name is not I hate everything. It's Heino. Oh, look. I found the cable. Well, hopefully Hitler gets out of here really fast. I just want to be done with this game. 3AM Slender Fortress is very depressing. It's even more depressing than my life. It's been 15 seconds. Why is he still here? Why am I still playing this game? Why? Few inches later. Alright. He's finally gone. It's been... 30 seconds. Since... Since that jump cut. Uh... Well, I'm gonna be able to finally escape. Let me just check these areas. Uh... I'm definitely not trying to get killed here. Uh... Okay, now I can get out. I love this game. Really. I'm sorry. In this golden law of nature, everyone has to be with feeling. I have the resistance in the inner, like the gegenwyr of the foreign people always with brutal hurt ice-caught. Otherwise, you can't do that. The men, for example, trample in every outside side as a community. Fremd-tod. And what for the Affen gilt, must be in a higher mass for the people's lives. Himmler had in Lübeck the Westmahnden a capitulations- by the Grafenbeiner-Dotter. The English-Rundfunk reports that. Who will stop? He's alone. The English-Rundfunk Eradas